Sind Sie im Besitz eines Pflegegrades? Falls ja, dann bleiben Sie jetzt dran. Sie haben die Möglichkeit, bei Ihrer Pflegekasse einen Antrag auf Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen zu stellen. Die Voraussetzungen dafür sind, Sie besitzen einen Pflegegrad, Ihr Leben spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab, aus gesundheitlichen Gründen können Sie Ihre Treppe nicht mehr hinauf- und hinabgehen. Von der Pflegekasse können Sie einen Zuschuss von bis zu 4.000 Euro erhalten. Hier ein kleines Beispiel. Sie erhalten bis zu 4.000 Euro, wenn Sie eine Investition von mindestens 4.000 Euro durchführen. Sollten Sie zum Beispiel nur 3.000 Euro investieren, so erhalten Sie auch nur einen Zuschuss von bis zu 3.000 Euro. Wichtig! Selbst wenn Sie bereits einmal die 4.000 Euro zum Beispiel für einen Badumbau erhalten haben, können Sie einen erneuten Antrag stellen, wenn sich Ihre Pflegesituation verändert, sprich verschlechtert hat. Und das Beste, pro Haus können bis zu 4 Personen mit einem Pflegegrad diesen Antrag stellen. Das bedeutet eine maximale Förderung von bis zu 16.000 Euro. Achtung! Der Antrag muss spätestens einen Tag vor Einbau des Liftes bei der Pflegekasse eingegangen sein. Er muss weder bearbeitet oder entschieden worden sein. Unsere kompetenten Fachberater übernehmen gerne die Antragstellung für Sie. Sie haben weitere Fragen zum Thema Zuschüsse bei der Pflegekasse für eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme nach § 40 Absatz 4 SGB 11. Dann melden Sie sich jetzt gerne direkt über unser kostenloses Servicetelefon 0800 3x08908 oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Webseite unter www.soniliv.de. Oder Sie nutzen unsere Vorlagen im Konfigurator. Dort können Sie einfach und schnell selbst Ihren Antrag erzeugen. Den Konfigurator finden Sie auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Zuschussgenerator. So können wir sicherstellen, dass wir alle Möglichkeiten in Ihrem Sinne prüfen können. In der Infobox finden Sie weitere Informationen und unsere vollständigen Kontaktdaten. Vielen Dank!